Verdienst du Geld mit deinen Social-Media-Kanälen oder bekommst aufgrund deiner Tätigkeit auf Social-Media manchmal Produkte geschenkt? Wenn ja, dann will das meistens das Finanzamt wissen und du solltest dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und Anfang des Jahres wurde eine chinesische Influencerin zu einer Strafe von 186 Millionen € verurteilt. Diese Summe ist absoluter Wahnsinn, fast 200 Millionen € Strafe, weil sie Einnahmen nicht richtig oder falsch angegeben hat. Das sind zugegebenermaßen echt hohe Beträge, aber auch in Deutschland interessiert es das Finanzamt, wenn du Einnahmen generierst mit deinen Social-Media-Kanälen, sei es YouTube, Twitch, Instagram oder TikTok oder aber auch Onlyfans. Wenn du Einnahmen mit diesen Plattformen generierst, in Kooperation mit Unternehmen oder dir Unternehmen sogar kostenlose Produkte schenken, dann musst du das beim Finanzamt angeben und in der Regel auch Steuern zahlen. Und du wirst tatsächlich auch schneller Influencer, als du glauben magst. Wenn du beispielsweise im Urlaub bist und Posts machst und das Hotel verlinkst, das heißt den Unternehmensaccount des Hotels oder wenn du ein neues Kleid hast oder neue Schuhe oder Kinderspielzeug, wenn du das Produkt nutzt und zeigst und dann den Herstelleraccount verlinkst, dann bist du schon so auf halbem Wege Influencer. Wenn du das Produkt jetzt auch noch günstiger bekommst oder geschenkt bekommst oder sogar Bezahlung von dem Unternehmen bekommst, dann musst du diesen Beitrag als Werbung kennzeichnen und in der Regel tatsächlich auch Steuern auf diese Einnahmen zahlen. Wenn du regelmäßig auf Social Media unterwegs bist, dann kennst du so ein paar Methoden, wie zum Beispiel Werbung auch abläuft. Erstens gibt es die sogenannten Affiliate-Links, beispielsweise für Online-Shops, wo dann ein bestimmter Link da ist, wo vielleicht der Influencer auch eine eigene Landingpage hat, oder aber auch Discount-Codes. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop bewerbe für Trockenfrüchte oder Matratze und ich dir 10% Rabatt anbiete, dann ist dieser Rabatt-Code meistens dafür da, damit das im Online-Shop getrackt werden kann, woher diese Bestellung kommt. Das heißt, der Matratzenhersteller weiß dann genau, dass die Bestellung über mich und über meine Reichweite gekommen ist. Und dann gibt es in der Regel auch mehr als nur diesen Rabatt für meine Follower, sondern auch eine Bezahlung für mich. Und das Ganze kann durchaus lukrativ sein. So ab 1.000 Follower sind mehrere hundert Euro pro Monat Einnahmen drin. Und wenn du hunderttausende Follower hast, dann liegen deine Einnahmen, wenn du es gut machst, in der Regel schon im fünfstelligen Bereich pro Monat. Und es wird dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, aber Affiliate-Links und Rabattcodes können auch Finanzbeamte erkennen. Das heißt, natürlich kennt das Finanzamt auch Social-Media-Plattformen und die machen das auch regelmäßig, dass sie die Accounts durchgucken und schauen, wer wirkt eigentlich für wen, melden denn das an das zuständige Finanzamt weiter und das kann gucken, ob diese Einnahmen auch versteuert wurden. Wenn du dir jetzt denkst, Mist, ich habe ja auch einen Social-Media-Kanal und ich bekomme auch manchmal Produkte oder Geld von Unternehmen überwiesen, dann musst du unbedingt folgende Dinge machen. Erstens, du solltest dich als Gewerbe anmelden bei deinem zuständigen Finanzamt. Zweitens, du solltest den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, um eine Steuernummer zu bekommen. Ich habe da schon mal ein sehr ausführliches Tutorial aufgenommen, wie du bei Elster Online eine Steuernummer bekommen kannst. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Und dann musst du all deine Einnahmen angeben und eine laufende Buchhaltung machen. Und auf deine Einnahmen, also auf den Gewinn, musst du deine Einkommenssteuer und Gewerbesteuer zahlen. Neben der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer ist aber auch die Umsatzsteuer für dich relevant. Denn die Rechnungen, die du an deine Kunden schreibst, also an die Unternehmen, musst du 19% Umsatzsteuer ausweisen und musst diese 19% an das Finanzamt abführen. In der Regel kannst du allerdings die Umsatzsteuer, die du deinen Kunden in Rechnung stellst, verrechnen mit der Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird. Das heißt, wenn du eine neue Kamera kaufst, beispielsweise von Sony und die kostet 1.190 €, dann sind das 1.000 € netto plus 190 € Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer. Das ist genau das Gleiche. Und das kannst du miteinander verrechnen und musst dann nur die Differenz zwischen der Umsatzsteuer, die du bekommen hast und die, die du an deinen Lieferanten bezahlt hast, die musst du dann quasi ans Finanzamt abführen. Das kann ganz gut sein, wenn du z.B. höhere Investitionen hattest, dann bekommst du sogar Geld vom Finanzamt wieder. Wenn du dir aber sagst, das ist mir alles viel zu aufwendig und du machst unter 22.000 € Umsatz pro Jahr, dann kannst du eventuell auch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das heißt, dann kannst du darauf komplett verzichten, dann bist du Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerin und du schreibst deine Rechnungen ohne Umsatzsteuer. Im Gegenzug darfst du dann aber auch die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wurde, nicht gegenrechnen. Dann rechnest du also einfach nur mit den Bruttobeträgen, ist auf jeden Fall von Buchhaltungsaufwand einfacher, kann aber teilweise finanziell nachteiliger sein. So weit, so gut würde ich mal sagen. Ich meine, dass ein Influencer grundsätzlich eigentlich eine selbstständige Tätigkeit ist und wenn man Geld von jemandem bekommt, dass man das versteuern soll. Das dürfte viele von euch nicht wirklich überraschen. Wo viele Leute allerdings nicht genau wissen, ob das eigentlich richtig ist, sind Geschenke. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man ein bisschen Reichweite auf Social Media hat, dann ist das sehr, sehr einfach, Geschenke von Unternehmen zu bekommen. Sei es eine Urlaubsreise, ein Discount oder irgendwelche Trockenfrüchte, Beautyprodukte, Preisnachlässe. Oder wenn ich im Restaurant sage, ich teile das, dass ich hier bin und zack ist das Abendessen for free mit meinen Freunden. Oder die Leasingraten vom neuen Mercedes bezahle ich plötzlich statt 1.200 Euro nur noch 300 Euro. Das alles machen Unternehmen nur, weil ihr da eine Gegenleistung macht. Das heißt mit der Absicht, dass ihr Werbung für dieses Unternehmen macht. Und damit sind auch diese Nachlässe oder Geschenke steuerpflichtig. Denn Betriebseinnahmen müssen nicht in Geld bestehen. Ihr müsst nicht Geld auf das Konto bekommen, um auch Steuern zahlen zu müssen. Sie können auch in sogenannten Geldeswert bestehen. Das heißt, wenn ihr Produkte, Dienstleistungen for free oder mit starken Preisnachlässen bekommt, sind das auch Betriebseinnahmen, die ihr versteuern müsst. Das Ganze ist die Seite der Betriebseinnahmen. Du kannst allerdings von den Einnahmen, das heißt, was dir irgendwie zufließt in Geld oder Geldeswert, dagegen kannst du auch Ausgaben gegensetzen. Das heißt, welche Kosten hattest du, um diese Einnahmen zu erzielen? Das sind die sogenannten Betriebsausgaben, die kannst du davon selbstverständlich abziehen. Denn du musst deine Steuer, das heißt deine Einkommenssteuer und Gewerbesteuer nur auf deinen Gewinn zahlen. Und wenn du jetzt Software dir anschaffst, du für das Arbeitszimmer Ausstattung brauchst, für deinen Stream z.B. einen teuren PC brauchst oder aber auch Reisekosten hast für bestimmte Drehs, dann kannst du diese Kosten alle gegenrechnen. Wichtig ist da allerdings, dass du den privaten Nutzungsanteil herausrechnen musst. Gehe ich mal davon aus, dass ich Kochtutorials auf Instagram mache. Ich koche jeden Tag etwas und teile die Rezepte und verdiene dadurch mein Geld, weil ich Sponsorings von HelloFresh und Rewe und Kochutensilien bekomme und was auch immer mir dazu einfallen kann. Da kann das Finanzamt trotzdem hingehen und sagen, die gesamten Kosten für deine Lebensmittel kannst du jetzt nicht als Betriebsausgabe geltend machen, weil wir gehen schon davon aus, dass du diese Lebensmittel anschließend auch isst. Und das Essen ist dann halt außerhalb der Videoproduktion. Das heißt, du kannst nicht die gesamten Kosten absetzen, sondern nur einen Teil. Und einen privaten Verbrauchsanteil musst du quasi herausrechnen und darfst dann nicht als Betriebsausgabe absetzen. Wie man das genau ausrechnet, also den privaten Nutzungsanteil berechnet, dafür solltest du idealerweise mal mit einem Steuerberater sprechen, auch wie du das für dich dokumentieren kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir als Influencer einen ersten groben Einblick zur ganzen Thematik Buchhaltung und Steuererklärung gegeben. Wenn du jetzt sagst, das ist zwar alles interessant, aber ich habe keine Lust darauf, ich will eigentlich einen Steuerberater haben, der sich um meine Buchhaltung und Steuern kümmert, würde ich dir empfehlen, schau dir mal unser Angebot an. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und betreuen schon einige Influencer. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch unbedingt unsere Online-Community einmal vorbei. Wie du dich genau anmelden kannst, was das ist und so weiter, erfährst du in diesem Video. Oder schau dir ein weiteres von unseren Videos an, zum Beispiel das hier. Oder Babyspielzeug hast oder Kleidung oder fällt mir nichts mehr ein. Oh nein!